Na irgendjemand muss doch denn jetzt schuld sein, aber nicht wir. So zudem versuchen gerade alle Parteien diese Woche zumindest auch für die Bauernproteste aufgrund der Steuererhöhungen hier einen Schuldigen zu finden. Grieg Hader Lang geht her und sagt, die CSU, die kleine Schwesterpartei der Union sei schuld. Kevin Kühnert kommt jetzt heute auf die Idee, gibt der Union und der FDP die Schuld. Gleichzeitig ist natürlich auch Sasuke Esken hier diejenige, die sagt, nö, die Bauern, die kriegen gar nichts mehr. Und trotzdem bleibt man mantrahaft irgendwie bei den Grünen und bei der SPD dabei und sagt, wir haben in Deutschland ein Einnahmenproblem. Doch komischerweise sieht es das Statistische Bundesamt mit den nackten Zahlen und selbst das BMF ein bisschen anders. Denn der Finanzierungshalt und das Defizit wächst. Aber nicht, weil die Steuereinnahmen fallen, sondern die Steuereinnahmen steigen stärker als bisher. Aber das werde ich jetzt mal genauer erklären. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ich muss sagen, es ist irgendwie so der Moment, wo man sich denkt, kann jetzt nicht bitte jemand einfach sich, was weiß ich, in der Tagesschau hinstellen und sagen, hey Leute, schön, dass ihr dabei wart. Das war die Satiresendung 2023 und wir wollten 2024 euch nicht weiter verarschen. Nein, das war alles nur ein großer Witz. Leider nein, die Satiresendung hier der Ampelregierung geht weiter. Und vor allem auch der Streit mit den steuerpolitischen Ausrichtungen ist ja hier immer wieder ein Thema. Denn auch Ricarda Lang hat sich ja hingestellt und gesagt, ja wir wollen jetzt hier im Großen und Ganzen wieder die Mitte abholen in Deutschland. Und das machen wir mit einer Tarifbindung, mit einer Vermögensteuer, mit einer Anhebung der Erbschaft und Schengensteuer und einer Anhebung des Mindestlohns. Na da freut sich die Mitte ja richtig. Gerade mittelständische Unternehmen feiern das total. Anstatt hier immer noch auf die Idee zu kommen, mal vielleicht ein bisschen Abgabenlast zu senken, wie zum Beispiel die Arbeitgeberanteile hier auf der Lohnabrechnung ein bisschen zu reduzieren oder eventuell auch mit den Unternehmenssteuern umzugehen. Nein, das will doch die Mitte nicht. Jetzt ist aber auch ganz lustig, dass auch Saskia Esken ja gerade massiv drauf besteht und sage ich mal hier diejenige ist, die blockiert und sagt, nein, der Wegfall hier der Steuererleichterungen beim Diesel, das sei im Großen und Ganzen jetzt gesetzt. Da gibt es nichts mehr zu rütteln und man solle 2025 damit beginnen. Sie sagt hier auch wörtlich, ich finde es richtig, dass wir einen Ausstieg aus dieser Subvention eingestiegen sind. Klimaschädliche Subventionen gehören abgebaut. Und das sei natürlich hier der Gästgeneralziel der Ampelkoalition. Denn wie wir ja schon gelernt haben diese Woche und wo ja auch Greenpeace dafür ist, es ist besser hier Obst, Gemüse und sonstige Lebensmittel von niedrigen Standards mit, sage ich mal, auch Chemikalien und sonstigen teilweise verseucht, irgendwo 5.000, 10.000 Kilometer einmal durch die Welt zu schippern, als hier, sage ich mal, an der Stelle das wettbewerbsfähig zu fairen Preisen, Bio, natürlich sonstiges Superobst und Gemüse hier vom Bauern um die Ecke oder im Speckgürtel einer größeren Stadt. Ja, das haben wir diese Woche gelernt. Super, wusste ich bisher auch nicht. Aber grundsätzlich erstmal so, diese Agrarsubventionen sollen fallen. Das Chaos wird aber jetzt irgendwie langsam offensichtlich. Denn während an der Stelle hier noch Saskia Esken sich hinstellt und sagt, ja, sie finden es richtig, dass das passiert und das sei SPD-Politik, ist aber SPD-Generalsekretär hier Kevin Kühnert schon wieder unterwegs und auch Scholz und spricht mit Bauernvertretern. Und es soll sogar hier jetzt auch sogar laut Christian Lindner dazu kommen, dass man neue Subventionen plant. Klar, natürlich, wie gesagt, Herr Ruckwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbands, bleibt weiterhin bei seinem hier an der Stelle faulen Kompromiss. Aber an der Stelle soll es hier, wie gesagt, jetzt zu anderen Kompromissen kommen. Kevin Kühnert sagt aber natürlich hier ganz klar, auch bei Express, mit seinem Interview, im Agrar-Dieselstreit schiebt Kühnert Union und FDP die Verantwortung zu. Und das ist hier heute im ZDF Morgenmagazin gewesen, beziehungsweise am gestrigen Tag und er sagt auch, na, das hätte doch jeder sehen können, dass bei uns das Innenprogramm stand. Das war ja auch hier im Wahlprogramm beziehungsweise im Koalitionsvertrag mit geeinigt. Es sollte ja schon zum Jahreswechsel fallen. Jetzt kommt es erst ein Jahr später. Also freut euch doch. Gleichzeitig sagt er natürlich hier, wäre der Schuldige weiterhin die Union, weil, und das muss man sich einfach mal anhören, der Ursprung der Kürzungen liege in der Klage der Unionsfraktion gegen die Schuldenbege und wie wir sie auslegen. Also im Großen und Ganzen, liebe Leute, beschwert euch doch nicht wegen Verfassungsbruch, weil die ist uns ja im Grunde eh egal, sondern wir machen diejenigen, die sind jetzt die Schuldigen, die an der Stelle jetzt hier dagegen geklagt haben und eigentlich dann das Verfassungsgericht hier sogar explizit, und das muss ich immer wieder erwähnen, der Grund, warum das Verfassungsgericht damals 2010 oder 2011 die Schuldenbremse eingeführt hat, beziehungsweise die damalige Große Koalition gezwungen hat, das einzuführen, war im Großen und Ganzen genau dieser Punkt. Eine Partei oder grundsätzlich eine Koalition darf sich grundsätzlich nicht über die nächste Wahlperiode hinaus verschulden. Das war einer der Hintergründe. Und da ist, wie gesagt, ein Zitat, wofür ich kritisiert worden bin, was aber so das Verfassungsgericht gesagt hat, die Volksherrschaft des Wählers muss erhalten bleiben. Also war natürlich noch hier ein bisschen dazu, weil das Verfassungsgericht sagt, nur so kann der Wählerwille eingehalten werden, dass innerhalb einer Wahlperiode demokratisch hier umgesetzt wird, was der Wähler gewählt hat. Denn wenn jetzt hier Ausgaben dazukommen, wie zum Beispiel irgendwelche Klimatransformationsforst, die für die nächsten 300 Jahre im Grunde geplant werden, das war jetzt ein bisschen übertrieben, dann ist das im Großen und Ganzen hier ein Nachteil für den Wähler, da er nicht mehr hier durch eine Neuwahl eine Änderung herbeiführen kann. Und jetzt hat natürlich noch der, ja sag ich mal, Kassenschlager schlechthin. Und zwar Kevin Kühnert legt natürlich wieder nach. Und zwar Kevin Kühnert, der Staat hat ein Einnahmenproblem. Und zwar an der Stelle geht es ihm natürlich hier weiterhin, mit dem Blick hier unten, weitersprach er von riesigen Aufgaben, die die SPD im Rahmen der traditionellen Jahresauftragsklausur am Donnerstag in Angriff nehmen wolle. Der Staat hat ein Einnahmenproblem. Wenn wir nicht grundsätzlich an unsere Finanzierungsinstrumente rangehen, haben wir ein noch größeres Problem in Deutschland. Wie gesagt, mittlerweile jeder Deutsche, ich glaube es sind so 83 Millionen, 900.000 vielleicht, sag ich mal, deutsche Bürger, die wissen, naja, wenn ich nicht mehr Geld habe, dann sollte ich doch vielleicht mal sparen. Bis auf, sag ich mal, so im Regierungsviertel in Berlin, wo man einfach noch nicht erkannt hat, was hier eigentlich jetzt so das Problem sein könnte, dass man vielleicht nicht mehr mehr auspressen kann. Und da ist es auch ganz spannend, dass zum Beispiel hier Statista, die Schätzung, ich nehme sie immer wieder gerne hin, weil ab 2023 ist geschätzt, weil da sind jetzt noch nicht alle offiziellen Zahlen da. Kommen wir aber gleich zu den anderen Quartalen. Haben wir hier Steuereinnahmen, die übrigens gestiegen sind. Also ihr seht auch, das sind hier immer 20 Milliarden, 50 Milliarden, teilweise mehr pro Jahr, was hier die Schätzungen sind, ist hier, wie gesagt, das BMF selbst, ist jetzt auch vom Oktober 2023, also schon ein bisschen älter, wie gesagt, ist noch nicht vollständig, aber man sieht, die Einnahmen steigen. Man müsste eigentlich nur hergehen, würde man sagen, naja, wenn die Einnahmen steigen, dann dürfte ich doch irgendwann kein Problem mehr haben, weil solange ich meine Ausgaben nicht erhöhe, dann ist ja alles gut. Aber auch da öffentliche Finanzen hier auch wieder, die Date ist auch eine super Seite, um Politiker zu widerlegen, ist hier zum Beispiel aktuelle Ausgaben 1,4293 Milliarden bei Einnahmen von 1,3378 Milliarden. Ein Finanzierungssaldo von minus 91,5 Milliarden. Und jetzt klicken wir hier mal drauf und jetzt werden natürlich viele sagen, Herr Roland, aber dann stimmt die Steuerschätzung nicht. Hier nun mal bis zum dritten Quartal ist im Grunde hier, sind das die Einnahmen, aufgeklärt nach den Einzelpositionen. Der Grund, warum die jetzt zur vorigen Schätzung abweichen, sind diese 600 Milliarden für die Sozialversicherung. Aber wenn man sich das überlegt, das ist der gesamte Einnahmenblock nur für neun Monate, also natürlich drei Quartale hier, für den Fiskus. Und die einzigen, das ist das Lustige, die einzigen, die positiv haushalten, sind die Länder. Während Gemeinden, die natürlich, und auch, sage ich mal, Bund, die lassen uns hier ordentlich krachen. Jetzt gibt es natürlich noch andere Statistiken, in die man auch reingehen kann. Das ist hier, Pressemitteilung Nummer 13, vom 11. Januar 2024. Und hier sieht man das Ganze noch mal ein bisschen schöner aufgezeigt. Und hier habe ich auch heute schon im anderen Video darüber gesprochen, das überraschende Ergebnis, wenn die Schulden steigen, dann, sage ich mal, steigen auch die Zinsbelastungen. Hier Zinslast, hier um 8,3% für die, natürlich Zinslast der Gemeinden gestiegen. Und hier unten irgendwo gab es den Zins, ich glaube, 4,5%, habe ich vorhin schon im anderen Video gesagt, wo man ganz klar sagen muss, mein lieber Kevin Kühnert, egal wie oft du es noch wiederholst, wir haben in Deutschland kein Einnahmenproblem. Denn was wir für ein Problem haben, ist, dass es auch viel zu viele Personen in, sage ich mal, politischen Ämtern gibt, die zum Beispiel auch wie Robert Habeck der Meinung sind, dass der Staat ein steuerproduzierendes Unternehmen ist. Das war, wie gesagt, die Blamage des Jahres 2024 und ich glaube, es wird aber noch einen Politiker geben, der die Latte noch tiefer legt, dass er gesagt hat, der Staat hätte die EEG-Umlage gezahlt. Nein, auch Saskia Esten, Kevin Kühnert, wie sie alle heißen, das hat am Ende der Steuerzahler bezahlt. Denn auch diese negative Finanzierungszahl von 91,5 Milliarden zahlt am Ende der Steuerzahler. Und auch am Ende wird das nicht dadurch finanziert, dass in irgendeiner Amtsstube jemand Akten von A nach B schubst, da wird das auch nicht finanziert, dadurch, dass man, sage ich mal, auf irgendwelchen Wahlveranstaltungen ist, wenn man hier als Generalsekretär, Parteivorsitzender, sonst irgendwas unterwegs ist. Nein, das sind am Ende die Personen, die das bezahlen, das ist der Mitarbeiter bei BMW, Audi, VW, am Fließband, das ist derjenige, der im Kohlekraftwerk, was weiß ich, im Atomkraftwerk, der, sage ich mal, die Verkäuferin, Lidl, Aldi, Edeka, das ist der Bauer, der im Großen und Ganzen hier auf dem Land ist, das ist der böse kapitalistische Vermieter, das ist der böse kapitalistische Unternehmer, das ist der böse kapitalistische Arbeitnehmer, der, sage ich mal, in irgendeinem privatwirtschaftlichen Unternehmen hier Mehrwert schafft und nicht lediglich nur Steuergelder umverteilt. Und solange man an der Stelle hier nicht ansetzt und das Verständnis dafür hat, dass das Staat, der Fiskus, das Bundesministerium der Finanzen, kein Steuereinnahmen produzierendes und dem ist, sondern das am Ende, das der Bürger und die Bürgerinnen zahlen müssen, dann kann man sich nicht wundern, oder muss man sich nicht wundern, dass an der Stelle hier immer neue Umverteilungen geschaffen werden müssen, denn ansonsten, wie es in anderen Ländern funktioniert, da hat man diese Probleme nicht, weil man dort auch erkannt hat, naja, man muss halt schauen, wie weit kann man gehen und da ist die Frage, haben wir vielleicht den finanz- und steuerpolitischen Kipppunkt jetzt bald erreicht, denn ich erinnere nur, vor zwei Wochen die vernichtende DEHK-Studie, hier mit Blick auf 2200 deutsche Unternehmen, haben Robert Habeck seiner Wirtschaftspolitik eine Note von 4,8 gegeben. Was bedeutet, Robert Habeck fast setzen sechs und Kevin Kühnert, naja, nach dem Abi war eigentlich mehr viel drin.